Von Beruf bin ich Heilpapikerin. Ich bin auf den Kurs gekommen, eigentlich durch Zufall. Ich leite schon seit Jahren unter chronischen Schmerzen. Ich habe durch Zufall die Eselsfei-Seiten gelesen und es hat so viel Positives in mir ausgelöst, dass ich mich entschlossen habe, den Kurs zu machen und habe ins Internet reingeguckt. Und oh Wunder, oh Wunder, drei Wochen danach, nach dem Buch lesen, hat schon den Kurs gestartet, habe mich angemeldet und bin wirklich sehr überrascht, was das jetzt alles in mir ausgelöst hat. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Was genau? Was genau das mir ausgelöst hat? Ich bin einfach viel ruhiger geworden. Einige Schmerzen sind wirklich auch besser. Mit anderen kann ich einfach nur besser umgehen. Ich habe viel über mich gelernt. Ich kann wirklich auch viel für meine Arbeit mitnehmen. Ich werde einige Dinge davon mit meinen Patienten auch versuchen. Also es hat mich auf jeden Fall bereichert in jeder Hinsicht. Ich würde es sofort wieder tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.